Oh mein Gott, es ist so hell! Guten Morgen Leute, heute ist der Tag. Heute ist ich, Ralf Schmitz live und ich freue mich da tierisch drauf und es ist wunderschön. Heute und ja. Ich werde mir jetzt gleich zum Bus aufmachen und erst einmal zum Friseur gehen. Mal schauen, was wir da machen heute, damit ich richtig schick aussehe für den Schmitz heute Abend. Und ja. Dann fangen wir mal los. Dann fangen wir mal los. So, bevor ich jetzt zum Friseur meines Vertrauens gehe, muss ich noch zur Bank. Money, money, money. Braucht man leider schon. Oh, es ist so schön heute. Also ich habe gerade festgestellt, dass ich eine halbe Stunde zu früh dran bin. Deswegen gehen wir jetzt noch zum See. Also für alle die von euch, die noch nie hier waren. Das ist der Starnberger See. Der ist voll schön. Ich bin hier gerne. Und bevor jetzt alle wieder streiten, die Julien wohnt in Starnberg. Nein, wohne ich nicht. Ich wohne in München. Ich komme nur, ich war nur meiner Freundin über Nacht. Und ja, von ihr aus komme ich halt leichter zum Friseur meines Vertrauens. Ach ja, und falls eine Bianca unter euch ist. Prost! So, ich denke, wir gehen dann auch mal wieder weiter. Aber ich werde beim Friseur nicht allzu viel filmen. Vielleicht eher Fotos machen. So, meine Lieben. Jetzt ist eure Julien wieder fast bei ihrer alten Haarfarbe. Und ich finde es mega cool. Ich kann mal gucken, ob ich das irgendwie, dass sie das von oben bedenken kann. Drehen klappt noch nicht so, aber ich mache daheim ein Foto am Spiegel. Und jetzt geht es nach Hause. Erstmal was essen. Weil ich war jetzt zweieinhalb Stunden beim Friseur. Oh Gott, ich habe Hunger. Hallo Leute, es ist gerade Pause. Also bis jetzt kann ich sagen, es ist wirklich, wirklich cool. Also allen von euch kann ich wirklich empfehlen, schaut euch Ralf Schmitz an. Er ist echt super. Und ich würde mir echt wünschen, dass der Abend noch viel, viel länger wäre. Jetzt ist Pause, wie gesagt. Danach geht es noch weiter. Und danach wird er auch Autogramme geben, hier hinter mir. Und da werde ich mir auf jeden Fall eins holen. Und da werde ich mir auf jeden Fall eins holen.